Der Fuchs Denn bereits nach 8 Minuten nimmt sich der Ex-Mattersburger einherztrisch die Fruchtvolley aus 22 Meter unter die Latte Leicester City spielt gegen den FC Fleetwood in der zweiten Runde des Liga Cups Nach 90 Minuten gewinnen die Foxes souverän mit 4 zu 0 Fuchs überzeugte richtig als linker Außenpacker und bereitete zudem das 2 zu 0 von Vicente Iborra vor Mit der Empfehlung einer bärenstarken Partie ist für Fuchs ein Startelf-Einsatz in der Premier League in der Truppe von Claude Buell nicht ausgeschlossen Mehr bei Spox, Sam bei City nur noch Ersatz, Same Precisa as every year, Mourinho nach Pleite mit Bizarra Pekka, Karius Abschied, Mignolet Sauer auf Klopp Mehr Informationen auf www.cdc.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd.at-cd